Geh weiter, du solltest hier nicht herumlogern. Das hier ist eine zivilisierte Stadt. Kleide dich entsprechend. Wie denn? Für ein Opfer im Sonnenring? Äh, nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen verstorbene Ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Rieten und Kaja-Steinen. Doch, es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Was für Hindernisse. Der erste Pilger ist ein Oseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese U-Taru verlor ihre Gefährtin beim Juwel. An einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms. Zieht grau habig der an. Also, zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Na man, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein. Aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung. Wie die Sonne. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versänge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferung, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Fahrt der Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein. Nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu ihrer ehrt uns alle. Falls Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Merkt euch meine Worte. Es gibt hier viel Arbeit, aber keine, die mir gefällt. Es gibt hier viel Arbeit. Das war's für heute. 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 Du kommst ganz aus dem wilden Osten, nicht? Dann hast du sicher unsere Jagdgebiete gesehen. In jedem. Jetzt fort mit dir. Das war's für heute. 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 Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. vorwärts. Das war's für heute. 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 Bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemandem weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich geh zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Das Leben in Anrichtung. Mögest du leichten Schrittes unterwegs sein. Das Leben in Anrichtung. Das Leben in Anrichtung. Das Leben in Anrichtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weise Worte Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Sieh dir mal diese Waren an Möchtest du heute getrunken? Sieh dich doch mal um! Das sind keine Waren, sondern ein lebensnotlender Tier. Du sollst deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Sieh dir diese Waren an! Du bist Waren! Sie selbst! Warum sitzen wir hier bloß rum und tun nichts gegen die Schattenkarten? Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Das möchtest du heute gerne etwas kaufen? Metall antauft! Gute Preise! Faire Preise! Schau dir mal diese Waren an! Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof. Nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne! Spuck dir nicht in die Hände! Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsen, Jägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Also, was... Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Äh, hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug! Tja... Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sag... Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse. Was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Wühler? Was für ein Volk willst du damit anlocken? Es war abgemacht. Ich werbe Kunden, du machst das Zählen. Was heißt hier abgemacht? Ich beschwere mich nicht über dein Zählen, außer das es lange dauert. Ich fühle mich so gut, wenn du mit dem Gebrauch aufhören würdest. Mein Angebot wird dich überzeugen. Wie würdest du heute gerne? Du wirst es bereuen, wenn wir mit dem Getümmel, die vor... Kurz reinschauen kostet doch nichts. Ich waffe Ruhe auf. Lass dir diese Waren nicht weggehen. Die Oseram-Händler sollte man im Auge behalten. Sie hauen einen übers Ohr, wo sie nur können. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für eine Art Maschinen. Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne. Was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich. Nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Waren und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh. Danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ich werde das machen, bis der Mond aufgeht. Ganz sicher. Angeblich soll eine Gruppe außer Ramm irgendwo im Norden unterwegs sein, um Schrott von den Alten einzusammeln. Also im Dizende application mit dem 적ballen wurde. Ich habe die Maschinen oder die Maschinen verladen, um Irish, wenn beim Saabi zus би honn musst. Reden sind sie gar nicht rein. Jetzt ist es dabei, ja. Hier geht's um mehr Casib- Insel ist ergehen. Er cold wird der Mond outfit Abrühen ange여�send. Was ichチere! Bis zum nächsten Mal. Ich bin auch nicht gut geschlafen. Da ist es gut, eine Pause zu machen. Ich hab dich schon erwartet, Eloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung. Und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten. In ihren Ketten. Das... Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich... Überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber... Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schatten, Karja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ein Ossera-Mädchen hat sich neulich bei der Stadt war.